hallo zusammen mein mann und ich haben wir eine wette abgeschlossen dass ich nicht die seitenblinker wechseln kann also schauen wir mal ob ich schaffe zum anfang ich zeige euch die dynamische seitenblinken wir haben auf amazon gekauft sie sind wie bei neuen autos wir haben sie machen so ein kleine update das auto ist ein e39 jetzt fangen wir an und schauen wir ob ich die wette gewinnen oder nicht so toll jetzt probieren wir und geschafft eins nur ja zweite kommt gleich das ist sowieso kaputt ja einfach für mich aber ist einfach sowieso mal schauen wer gewinnt ich will nicht dein auto kaputt machen jetzt probieren wir mal das ist sowieso funktioniert nicht also ich habe beide beiseitige seiten blinker geschafft zu wechseln und auch die wette gewonnen habe was meint ihr das habe ich gewonnen also schreibt ihr bitte in die kommentare bis nächstes mal abone ol